Hey Leute, also solltet ihr euch fragen, warum es heute kein Video gab zur Zeit. Ich war am Schneiden von einem und es hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Dieses Video kommt nächste Woche Sonntag. Also, wenn ihr das sehen wollt, dann abonniert den Kanal und ich sehe euch nächste Woche. Ciao.